jo leute was geht willkommen zu alt f42 oder alt f42 ich weiß nicht wie es genannt wird das ist die offizielle demo die könnte jetzt schon runterladen das game kommt im märz raus wir werden jetzt hier mal einen blick wagen sich auswahl mit 1 mit zwei drei und vier scheinen verfügbar zu sein ja new game coming soon also da könnte dann gespannt sein die demos komplett kostenlos und ich würde sagen die gucken wir uns mal an wie ist der ton leute ist der ton zu laut wie ist der ton okay den ton ein ticken wenn ich bin den ton ticken lauter musik tucken leiser musik tucken leiser okay so es ist ein tucken leiser der ton muss perfekt sein man muss mich gut verstehen ich würde sagen wir starten rein siege assault map 1 shoes what you want stage start das wird jetzt wieder aber eine ganz gefährliche nummer leute ihr wisst ich habe den ersten teil rasiert oh nein die musik wieder leute die musik die musik wer hat sie vermisst konnt man irgendwie schnell laufen ah genau man kann sich hinfallen lassen man kann so ein oh guck mal die rolle ist neu komm wie die rolle wie schön die jetzt aussieht die rolle allgemein es ist viel schärfer also die quali von teil 1 hierhin hat sich verbessert konnt man schnell laufen ah genau auf x kann man sich selber killen das ist jetzt mein zweiter night da werfe ich und da visiere ich an okay wie sie jetzt auch noch ganz groß extra dritter night dahin schreiben okay ich denke das so muss ich erstmal abknallen was eine grafik wenn du den ersten teil gespielt hast dann mach das scheiß hund da weg geh doch kannst du auch weg gehen danke guck mal da unten liegen schau meine leichen hier läuft ein reh alter wie ich diese musik nicht vermisst hab wer nach dem video ähm therapeuten braucht leute wegen der musik okay das klappt nicht wie kommt man da rüber ich bin mir auch fast sicher dass man schnell laufen konnte ah ja nee das müssen wir ändern die steuerung ist falsch ähm weil so kann ich nicht spielen game ich kann leider die bindings nicht ändern das ist schlecht weil schnell laufen ist bei mir auf L3 gedrückt halten das ist ja so kann ich nicht laufen so kann ich nicht laufen das ist äh wird sehr schwierig für mich zum offiziellen äh release muss ich auf jeden fall die steuerung ja irgendwie ändern was ist das denn hier für ein gedöns ah oh gott die steuerung ist genau so wie es bei Teil 1 der Fall war übrigens für jeden der sich fragt das ist ja jetzt hier schon eine richtige scheiße okay hier ist Hühnerstall richtiger Hühnerstall was hier einlochen okay das ist war Intro Intro Leute Next Level das war Intro easy Sprint wurde gerade angezeigt ja so ultra laut also ja soll ich bisschen lauter machen Musik soll ich Musik bisschen lauter machen ich komm nicht raus ich komm nicht raus mal ein bisschen lauter so sag der mal mit dem dritten Ritter ey das war glaube ich der fünfte was ist das hier aha das ist neu oh gott das wird bei vielen also da fängt man jetzt schon zu ragen an oh gott oh gott oh gott oh gott das das wird gar keinen Spaß machen oh mein gott allein diesen Sprung jedes Mal zu machen allein diesen Sprung jedes Mal zu machen allein diesen Sprung jedes Mal zu machen hmmm de de deee fuck 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 vielleicht gucken wir uns erstmal um ok ok ich glaube der Sprung ist mandatory vielleicht kann ich auch direkt auf den aber vielleicht kann ich auch direkt auf den Dings hier springen ne kann ich nicht komm ok ok stock also das wird schon richtiges Rage Potential sein einfach nur hier drauf zu kommen ok da muss ich hin Das ist ein Upwork. Oh Gott, Alter. Oh Mann. Jetzt gerade versuche ich natürlich nur Spaß zu haben. Aber ich kann mir richtig... Das wird richtiges Rage-Potenzial hier schon sein. Aber am Anfang. Weil eigentlich müsste ich immer hochgucken. Und dann wieder runtergucken. Das ist ja schrecklich. Ich weiß, was ich mir nicht kaufe. Also eigentlich musst du wahrscheinlich immer hochgucken. Das kann ich gar nicht leisten, einen Controller. Erst hochgucken. Und dran vorbei. Und dann wieder runtergucken. Scheiße. Scheiße. Ey, hier werden gleich so viele Leichen... So viele Leichen drin liegen. Ich bin mir fast sicher, dass ich direkt... Nee, kann ich nicht. Ah, sieh. Okay. Komm. Schön. Das ist doch safe. Auch wieder so ein Bouncer. Nein! Achter Neid. Aber die Musik... Komm, Musik müsst ihr sagen, ist einfach geil. Wenn es gleich wieder abgeht, dann werdet... Ihr werdet so traumatisiert. Oh, nichts passiert. Und es jetzt gleich abgeht. Da sind wir doch. Da wird der Hahn im Korb verrückt. Guck mal, was ich für ein Profi bin. Was ist das? Jetzt dreh... Jetzt rollen die Dinger hier auch noch. Nein! Überlebt. Hat schon mal rausbekommen, was die... Ach, guck mal, die leben da unten. Man hat jetzt Leben. Okay, wir haben das Game leichter gemacht. Man hat jetzt Leben unten links. Sehe ich jetzt erst. Nach einer Stunde seid ihr alle verrückt im Kopf. Ich sage es euch. Die Musik wird euch alle kaputt machen im Kopf. Passt bloß auf. Blue Holy Day. Vielen, vielen Dank für 100 Bits. Und ja, ich liebe es. Ich liebe es auch die erste Titel. As you can see, ich bin ein e-sportler in diesem Spiel. Ein Profesional. Wir lieben die Musik. Ja, wir lieben es. Wir brauchen zwar alle danach einen Therapeuten, aber sonst gut. Nein! Nein! Come on, come on, come on! Ich war noch mal neu. No, da ist es. Okay. Ah! Ah! Come on, jetzt aber. No. No. Hä? Gut, Entschuldigung, ich will somit dabei die Musik vom Game. Ja, mir geht's genauso. Mir geht's genauso, das muss so sein. Das ist gut so, Skoppel. Jetzt geht's ab. Jetzt gleich geht's wieder richtig ab. Ups. Nein! Such dir eine Arzt, Skoppel, ja, aber dringendst. Einen guten. Ich kotze! Ich darf keinen kompletten Full Jump hier machen. So, jetzt wieder diese runden Walzen. Wo muss ich eigentlich lang? Was? Ohhhh. Jetzt geht der Sound wieder von neu los. Wir hatten irgendwann bei Teil 1, hatten wir doch den Ton ausgemacht und Musik gehört. 2 ist er noch. Weil irgendwann nach Stunden, Stunden kannst du die Musik nicht mehr hören. Nach ein paar Stunden bist du so gaga in der Birne von der Musik. Das geht dann einfach nicht mehr. Dann bist du komplett gaga in der Birne. Tatja hat doch auch Kopfschmerzen davon bekommen. Aber finde ich geil, dass der Developer mal kurz reingeguckt hat. Echt cool. Ahhhh. Okay, komm. Ahhhh. Boah, Junge. Da. Ahhhhhhhhhhh. What the fuck? BAM! Der Profi, Leute. Äh, die ging das nochmal. Scheiße, wie ging das denn noch mal? Skobble Scheiße, wie ging das noch mal? Ey, wie ging das? Nein! Heute müsst ihr durch bei den Kopfschmerzen Das muss heute so sein Das ist das erste Mal Teil 2 Da müssen wir heute durch Heute brauchen wir das komplette Feeling Es geht doch an alle YouTube-Zuschauer Solltet ihr nach dem Video Irgendwelche Probleme haben Soziale Probleme Oder so Dann Ja, vielleicht verlinke ich unten So ein Meditationsvideo Dass ihr danach dann noch mal richtig Auf euer Leben klarkommt So ein Mit Wellengeräuschen Nein! Nein! Wieso? Mit Wellengeräuschen oder so So was Entspanntes, wisst ihr? Dass die hier da unten das Trampolining gemacht haben Das ist so eine Frechheit Das ist so asozial Ich lieb's Will ich hier schon mal ein Disclaimer? Hast du eine Idee? Das ist so ein시er Okay, das ist so eine Idee Das ist so eine Idee Das ist so eine Idee Ja, jetzt geht's auf. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Nein! D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Oh! Bringt mir das was hier? Nur wenn ich wieder auf den Stamm komme. Geil. Auf den Stamm gekommen. Nicht ganz runtergefallen. Oh. Nein! Aber man kann hier immer retten. Das ist gut. Auf dem Stamm. Nein! Nicht auf dem Stamm. Nein! Ich bin übel am Bluten. Ich bin übel am Bluten. Aber wir sind back. Wir sind back! Wir sind back! Wow Nein Ba 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 Oh, nöööö Konzentriert euch jetzt mal, Leute Ruhe Braucht full Concentration hier Es gibt noch die alte F4-Videos von mir auf YouTube, ne? Die muss ich auf jeden Fall nochmal angucken vorher Als Training Ich muss die Musik so um... Hört auf damit Das Fremde hier außen kommt Zing So So, jetzt ganz ruhig, Leute Ruhe Ruhe Da rüber Da hinten hin Da komm ich wieder hin Das schaffen wir Oh Bam Bam Der Profi Hallo Profi Next Level Klacks Moin Säbe What the fuck What the fuck Is das Was ist das? Was ist das? Sag mir, ich muss da hin... Was? Da ist das Ziel? Das ist... Was? Was? Das weinen die nicht ernst Das weinen die nicht ernst Das weinen die nicht ernst Du musst jedes Mal warten bis er wieder da ist Oh mein Gott Oh mein Gott Die meinen die das Leute Das kannst du hier nicht ausdenken wirklich Die Ding habe ich ja gern Nein 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 das Was ist ein Trigger-Level? Alter Schwede Hut ab Was ist das? Nein! Komm! Oh, gut. Ich frage mich, wie die das mit der Physik gemacht haben, ey. Ähm. Ja, scheiße. Ich glaube, du musst springen. Wo ist die Musik? Wir brauchen die Musik. Sonst kann ich doch hier nicht arbeiten. Oha, oha. Oha. Wie ist die Taktik, da durchzukommen? Springen kannst du komplett vergessen. Wie ist die Taktik, Leute? Klingt gut, Säbe. Weiter so. Dieser fucking Turm. Guck dir an, das ist alles völlig... Das ist völlig cursed hier. Das ist komplett cursed. Was ist das? Guck dir an, es ist komplett cursed. Guck mal bitte. Seht ihr das? Seht ihr, was der da vorne für eine kleine Wulst hat? Was ist das? Ihr wisst ganz genau, was es ist. Alter, ich kann mir richtig vorstellen, wie viel Spaß die Developer hatten beim Machen. Seht ihr, was er hat da unten? Seht ihr das? Ein Stein, Guck. Ja. So, wie ist hier die Taktik, Leute? Nichts sehen ist die Taktik. Okay, der okay. Okay. Das ist cursed. Das ist so scheiße cursed. Ihr wisst nicht, wie sich das gleich verhält, wenn ich abspringe. Ich fliege überall hin, aber nicht da, wo ich hin will. Will ich auf den Pedest da unten? Das kannst du ja komplett vergessen. Das geht doch gar nicht. Ich bin einfach ein geiler Gamer. Ich bin einfach ein geiler Gamer. Ihr muss belieben. Der Believer himself. Letztes Level von der Demo. Letztes Level von der Demo. Ich habe ein Feuer auf dem Kopf. Neue Musik, Leute. Wie findet ihr das? Oh mein, oh mein Gott. Den Big Jump. Meinst du, ich schaffe den Big Jump? Oh mein Gott. Big Jump. Wie ein Profi. Sag ich dann nur. Oha. Den habe ich nicht kommen sehen. Äh, Fischis. Fischis. Was mir übrigens auffällt. Es gibt keine Save Punkte mehr. Und die Level sind viel kleiner. Finde ich sehr gut. Big Jump. Alter, das sind alles negative Bewertungen. Wie geil. Irgendwelche negativen Bewertungen. Aufs Korn genommen. Finde ich witzig. Hier sind überall die Dislikes. Und guck mal, Dislikes. Ich finde es richtig cool. Da ist ein Positiver. Wir müssen gleich auch nochmal Rezension machen, Leute. Erinnert mich mal dran. Bei Steam. Einer der Mods bitte daran erinnert, da ich mal eine Rezension mache. Ah, die kommen wieder runter, die Säcke. Big Jump. Disclaimer ist raus. Wie Disclaimer ist raus. Da Lampen drauf. Stimmt. Ich bin von The Forest ausgebrochen. Der Scheißfisch. Kurz warten, bis die wieder runterkommen. Oh, 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 oh. Da muss ich aber ganz schnell nochmal weg. Ah. 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 Das sind auf beiden Seiten Scheren. Ich wünschte, ich könnte einen Big Jump machen, direkt bis zum Ende. Das wäre cool. Ja. Für die ist YouTuber. Nee, das ist ja Spaß. Vor dem Video so. Frage ist, will ich da on top? Das wäre natürlich auch eine Idee. Weiß ich, ob das machbar ist. Scheiße. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, wie ist da die Taktik? Da, ich kriege die Taktik noch raus. Die Technik, Tadeus. Die Technik. Aber ich kriege sie noch raus, die Technik. Die Technik. Oh mein Gott, oh mein Gott. Richtiger Big Jump. Was habe ich mir dabei gedacht? Oh, der Jump ist verkackt. Ah. Oh, scheiße. Die Roller im ersten Teil fand ich besser. Da hat man so richtig krasse Rolle gemacht. Hier bleibt man richtig krass auf dem Boden. Ich fand die Roller aus dem ersten Teil besser. Die scheiß Dislikes. Hört auf zu Disliken. Ja. Dislikes. Ich warte, bis sie unten sind. So, wie ist hier die Taktik? Vielleicht, wenn er in der Mitte ist, direkt wieder rüberspringen. Ah, komm, komm. Ah, aber das könnte die Taktik sein. Kurzer Tipp, nicht ins Wasser fallen. Ah. Danke. Das ist ein guter Tipp. Werde ich jetzt mal versuchen. Ich werde jetzt mal versuchen, nicht ins Wasser zu fallen. Dislikes. Wo seid ihr? Oh mein Gott, wenn ich sehe, was da hinten noch kommt. Ja, die Stelle ist assi. Die Stelle ist assi, Leute. Oh, 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 oh. Okay. Gut. Wie ist die Taktik? Wie ist die Technik? Aufs Bild drauf komm ich nicht. Oh, das ist ja, okay. Das habe ich nicht gesehen. Das ist auf rotierende Ding. Ne, ich glaube, es ist zu hoch. Mit dem leblosen Körper an der Brücke bauen. Ja, also langsam werden es hier ganz schön viele, ne? Ich dachte ja, beim Trampolin kommen schon übertrieben viele. Aber können wir nochmal kurz darüber reden, wie gewoneshottet ich eigentlich diese beiden Männchen gemacht habe? Die laufenden Türme. Das wäre ja der übelste One-Shot. Ah, scheiße, der übergeht komplett durch. Boah, das wird schwierig. Die Stelle finde ich sehr schwierig. Wegen der Momentum und so. Das wird echt kacke. Eine Weiberjagd. Eine Weiberjagd. Jumpen, bis die Plattform sich wieder bewegt. Jumpen, bis sich die Plattform wieder bewegt. Okay. Ich habe halt da nicht unendlich Zeit, ne? Das weißt du. Das weißt du. Also hier werden richtig Ritopfer braten. Hier brauche ich die Technik, Leute. Hier muss die Technik noch kommen. Na, Mann! Du hast so ein Momentum. Du kommst dagegen nicht an. Hm. Man muss wahrscheinlich dann, wenn sie gerade stehen bleibt und die Schwinge weg ist, dann muss man. Das werde ich beim nächsten Mal versuchen. Nicht in der Fahrt, sondern wenn es dann gerade stehen geblieben ist. Das ist ein Momentum. Ja! gerade bis der wieder einmal rum ist habe ich ein bisschen Zeit ja so ist es so ist die Technik so ist die Technik Thaddeus nein das war nicht die Technik oh Junge hatte nur ich den Leck oder ich auch was das denn für ein Riesending da gerade Next Fest is Celebration of Upcoming Games Alt F4 2 Planned Release 1. März Leute holt es euch 1. März wenn ihr mal eine richtige Herausforderung haben wollt eine Achterbahn der Gefühle kaputt im Kopf sein wollt und euch danach freuen wollt das ist euer Game wenn ihr E-Sportler seid gute Games wenn über den Dark Souls lacht das ist euer Game Leute ah dann müsst ihr es auch drauf haben Leute dann müsst ihr es auch drauf haben ihr müsst es auch drauf haben ja das wäre auch eine Idee ah von der Tafel da ne oder ist das die Taktik ne ist nicht die Taktik man fällt ja ne ne das geht nicht glaubt ihr ist auch zu langsam um sich damit schmeißen zu lassen oder oder vielleicht auch nicht kann ich mich mit der schmeißen lassen ich will es einmal ausprobieren der E-Sportler in mir will es ausprobieren ne man geht kaputt dann das ist ja nervig geht nicht geht nicht so die Technik die Technik jetzt Was ist das denn? Erster März, Leute. Erster März. Erster März. Holt's euch. Alter Schwede. Gehe ich aufs Schnelle oder gehe ich aufs Langsame da? Ich würde fast sagen, lieber aufs Langsame, oder? Das Schnelle ist mir zu schnell. Nooo. So langsamer. Doch, doch. Ich glaube, das kann ich erreichen. Ich glaube, das kann ich erreichen. Ich glaube, ich kann es erreichen. Ich glaube, das ist auch einfacher, als das Schnelle zu nehmen. Ich glaube, das Schnelle wird unmöglich für mich zu sein, zu nehmen. Der E-Sporter schafft das. Ja, der E-Sporter schafft das. Was gibt's eigentlich da? Was ist das eigentlich? Was ist das? Ich überspringe den ersten einfach direkt. Was ist das? Was ist das? F- 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 Scheiße! Wie ist eigentlich der Ton, Leute? Immer noch zu leise oder geht's? Oh! Oh! Fuck! Du hast gejinxt! Silvi hat's gejinxt, Leute! Sieht nur so aus. Schön zum entspannen am Nachmittag, der Ton. Aber ich muss sagen, der Sound macht einen nicht so irre, wie der aus dem ersten Level, oder? Ist ein schönes neues Lied. Erste Level war ja bodenlos. Alter! Nie triffst du mich da! Auf einmal triffst du mich da! Fehler in der Matrix. Wenn ihr mich jetzt wieder trefft, ihr scheiß Dislikes, ne? Ich warte, wie ich sie runterkomme und springe einfach doppelt. So. Das ist viel einfacher. Wieso sagt ihr denn nichts? Das ist viel einfacher. Das ist viel einfacher. ZUVAITS! Ah! uptime uptime los viel zu spät ich kann auch das ganz mittlere auch ich kann auch das ganz mittlere auch was würde von der weiter her klappen und dann ja ich bin das ganz mittlere das macht ja noch mehr das macht ja noch mehr sinn das ganz mit ganz innere das am langsamsten das treffe ich auf jeden fall wo ich halt weit springen big jump da kommt wieder der speedrunner in mir durch ich sage es euch ich bin so nah schon dran das war dumm ich bin schon so nah dran mann 60 war bei 20 als das level gestartet haben das level ist ein run-killer headshot er voll voll in die fresse der fisch konzentrieren so konzentriere ich konzentration leute volle konzentration so jetzt nicht nächste runde nächste runde du sollst dir mal die alt f4 1 teile angucken da hatte ich geduld da hatte ich geduld das ja noch gar nix wir spielen noch nicht mehr zur stunde das noch gar nix leute auf youtube checkt auch meinen ersten run vom ersten teil ab er war auch ziemlich geil muss sagen was da ein loch in deinem shirt das ist das neig zeichen 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 green screen wisst ihr doch mittlerweile leute wüschi Fischi Fischi Soll ich auf das mittlere Fass Ja, das war scheiße, Mann Ritter 69 War klar, dass Shayuna sich da wieder meldet Guck, wie viele Leichen hier schon rum Wie viele Leichen hier schon rumliegen 66 Ja, war das alles in einem Video, Skobin? Ich weiß das gar nicht mehr Habe ich hier alles in einem Video geschnitten Oder waren das mehrere Videos? Ach, come on Ne, ich habe zwei Highlight Videos gemacht Okay Okay Jangan lupa, ich habe zwei Highlighten Oh, ich habe zwei Highlighten Ne, ich habe zwei Highlighten Versuchen wir mal das mittlere Das ist so eine scheiß Stelle Leute Mit den scheiß Fässern Das ist zu hart, Developer Too hard Spring Oh ja Ja Da sind wir wieder Da sind wir doch wieder Was ist die Taktik Was ist die Taktik Einfach dagegen springen Hätte ich einfach abspringen müssen Ein Lu springt niemals falsch Scheiße Weißt du doch Ich spring immer genau perfekt Bin E-Sporter Number one Ich springen Der Sprung ist ja scheiße, ja, Mann. Ja! Der E-Sportler ist am Start. Ihr versteht das nicht, Leute. Der E-Sportler, genau. Ich bin einfach geil. Ich bin einfach so ein geiler Alt-F4-Spieler. Das kann mir doch niemand erzählen, wie geil ich bin. Wohin? Pint Release? Da oben muss ich drauf. Ach du Scheiße. Seid ihr cool. Hallo! Okay. Okay. Was meint ihr? Bleibe ich unter 100 Ritter, wenn ich das Level geschafft habe? Unter 100 Ritter? Nee, ist bei 73. Ihr seht, wie weit ich komme. Das kann ein One-Shot gleich werden. Das kann ganz schnell gehen. Unterschätzt mich niemals, das wisst ihr. Nee, safe nicht. Ich sag 105. Ihr unterschätzt mich. Ihr unterschätzt mich immer wieder. Ihr habt mich schon immer unterschätzt. Jedes Mal unterschätzt ihr mich. Da, Skoppel, so, der kennt mich. Skoppel kennt mich halt auch am längsten, ne? Deswegen weiß Skoppel, was ich mittlerweile kann. Skoppel weiß. 75 jetzt? Nee, never. Ich muss ja da oben erstmal auf das Pint-Ding und dann keine Ahnung, wo das Ende ist. Keine Ahnung, wo das Ende ist. Ich sehe es auch nicht. Wer weiß, wie weit das da noch geht. Ich sehe es auch nicht. Ich bin so geil. Ich bin so scheiße. Ich sehe es auch nicht. Ja. Ich kotze. Das ist die 75. Hast du es gejinxt? Oder hast du es gesagt? Das ist glaube ich die 75 jetzt hier, ne? Das ist glaube ich. Das ist glaube ich. Ja, ich нож. Ich weiß nicht. Jetzt, Schweini. Ihr killt mich doch jetzt hier gleich nochmal. Ich seh das doch schon kommen. Ihr killt hier doch einen gleich noch. Add to Wishlist. Soll ich drauf? Soll ich zu Add to Wishlist? What the fuck, what the fuck, what the fuck? Da ist das Ende! Die Demo hat schon übel Spaß gemacht, 1 Stunde 6, bis zum nächsten Mal Leute haut rein.